Das musste... Ist es der? Ja. Ach, das ist... Den kennen wir ja schon. Okay, besorgt dir ein Fahrzeug. Komm, steig ein. Uh, wir haben nur noch 55 Schuss. Wir liegen in einer Gasse an der Carrollton Street. Bring Batman zu ihm. Gut, fahren wir ihn jetzt dahin. Wir müssen wahrscheinlich mithelfen. Das Problem ist, unsere Gesundheit sieht auch nicht mehr so prickelnd aus. Da müssen wir jetzt mal schauen. Schalte die Schläger aus. Müssen wir jetzt hier rein. Nö. Ich glaube eher, die sind hier... Ah, wir brauchen die andere Waffe. ... ... Wow. So, wie ducken wir uns nochmal hinter? Wir brauchen eine andere Waffe. So, nächstes Blatt, der andere haut ab. So, jetzt bin ich da raus. Na, komm. So, das war's. Sehr schön. Gut, 500 Dollar dazu bekommen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Munition. Ähm, so, wo ist die nächste, äh, ja, ist ja auf dem Weg. So, einmal hier Waffen. Dann fahren wir jetzt erstmal Munition kaufen. Und danach fahren wir zu Dimitri. Mach dich aus dem Weg. Ja, ohne Musik ist es ein bisschen, ja, eintönig. Aber, wie ich schon gesagt habe, ich habe keinen Bock hier jedes Mal neu zu synchronisieren, wie es bei GTA 5 teilweise der Fall war. Ähm, deswegen, da lasse ich lieber die Musik komplett aus. Auch wenn es etwas von der Atmosphäre und vom Spiel wegnimmt. Achso, wie weit haben wir es denn noch? Hier, links. Ist schon wieder Nacht. Weg da. Was ist denn das für einer? Achso, ein Obdachloser. So. Kaufen wir erstmal Munition. Schauen wir mal, ob noch ein paar Waffen frei sind. Bald verfügbar. Bald verfügbar. So. Hä? Die haben wir doch. Wo ist denn die Waffe? Wieso müssen wir die jetzt nochmal kaufen? Das verstehe ich nicht. Heißt, wenn die Munition leer ist, müssen wir die Waffe neu kaufen, oder was? Alter Schwede, was eine Kacke. Haben wir hierfür genug Munition? 17 Patronen. 17 Patronen. Ja, komm. Komm mal noch ein bisschen. Wir kriegen ja als neue Kohle dazu. Was haben wir hier? Bald verfügbar. Schrotflinte. 8 Patronen. Was haben wir hier? Bald verfügbar. Bald verfügbar. Bald verfügbar. Bald verfügbar. Da muss man hier. Da muss man jetzt 1200 extra ausgeben, nur weil die Munition leer war. Was ist ein bisschen blöd gemacht. Gut. Wollen wir zu Brucie? Das glaube ich etwas näher. Oder wollen wir zu Dimitri? Wir gehen zu Dimitri. Aber zuerst gehen wir nach Hause. Und einmal speichern. Ich habe keinen Bock hier wieder irgendwelche Sachen zu machen, weil der Computer abstürzt. Deswegen lieber jetzt einmal nach Hause speichern und dann ist eh wieder Tag. Tag habe ich lieber. Das sieht man mehr von der Landschaft. Und außerdem ist es für mich einfacher das ganze dann zu schneiden. Äh, geradeaus. Ne, doch. Hier wohnen wir. So. Gehen wir einmal nach Hause. Ähm, hatten wir daheim einen Verbandskasten? Wo ist die Toilette? Da geht es nicht rein. Hatten wir hier keinen Verbandskasten? Müssen wir wohl drüben dann was essen. Gut, dann würde ich sagen, schlafen wir jetzt mal, speichern und sehen uns dann gleich oder morgen wieder. So, und es geht direkt weiter nach dem Speichern. Wir fahren jetzt zu Dimitri und schauen, was der möchte. So, einmal hier rein. Es ist immer noch Nacht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es Tag wird. Ähm, Dimitri. Ähm, Dimitri. Dimitri. Achso, wir hatten noch das Restaurant drin. Genau. Deswegen hat er eben einfach nur gelöscht. The Master and the Molotov. The Master and the Molotov. Dimitri. Hey. Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Michael, Mr. Faust. Uh-huh. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovik's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this they want blood. But you and Michael, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me too. No. I told them you were a hired gun. And they said as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. Yes. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Nico Bellic. But we cannot change the rules. See you later. Oh jee. Heißt, wir müssen jetzt Mr. Faustin platt machen. Gehe zu Faustins Club. Eieiei. Gut, was ich zuerst mache. Ah, wir sind gesund. Okay. Heißt, schlaf. Scheiße. Oh. So eine verdammte Scheiße. Jedes Mal auf dem blöden Polizeiwagen, weil die nicht aus dem Weg fahren können. Heißt, wir müssen jetzt wieder hier raus. Müssen gucken, dass wir dem Fahndungslevel loswerden. Oh, das ist doch kacke. Und jedes Mal, wenn du irgendwas ramskriegst, neu dazu. Eieiei. Gleich sind wir draußen. So. Jetzt müssen wir nur noch warten. Mann, Mann, Mann. So, jetzt gehe ich zur Faustins Club. Und aufpassen, dass wir nicht schon wieder Polizeiautos anfahren. Ah, ich bin so ein Trottel manchmal. Gut, wo ist denn Mr. Faustins Club? Hier vorne. Perestroika. Da ist er. Faustin ist im Perestroika. Dimitri schickt eine Nachricht. Nico, es dürfen keine Fehler passieren. Michael ist ein gefährlicher Mann. Ich habe dir seitlich vom Club was zu deinem Schutz hinterlassen. Dein Freund Dimitri. Okay. Heißt, wir gehen jetzt seitlich vom Club. Das wäre dann hier. So. Okay. Wir brauchen jetzt unsere MW. So, wie war das nochmal mit Ducken? Genau. So. Also R, B. Puh. Das könnte jetzt interessant werden. Nico. Nico, Belik. You and Dimitri are taking over, no? This is not about taking over. You brought this on yourself. You push things too far. You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri. my brother. You see this? This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. you didn't give him a choice. You should have been calm. No one, not Dimitri, not anyone tells me to come. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen had I not been there. Meet for some chin monkey. I am not dead yet. Some are still loyal to me. Guts! I will enjoy the fall of the rain. You are nothing, baby. You are weak. You are strong survive. You are weak, God. haste nicht mehr gewalt' Ghost in the fleet. To him, go away and to him. do youusion ig that's the my Yo I Oh shit! Jetzt muss man auch noch hoch! So, das war's. So, dann können wir ja jetzt wieder runter. Ähm, ich gehe jetzt nochmal in den Nachtclub. Wenn ich das kann. Und guck mal, was ich noch an Munition einsammeln kann. Äh, hier ist der Eingang. Müsst ja noch irgendwo Munition rumliegen. Na, die Wachen sind alle weg. Okay. Oh ja, dann. So, was ist das jetzt auf der Karte? Kabarett. Oh ja. Gut. So, wo ist das Auto? Hier ist das Auto. Gut. Das haben wir geschafft. Dann würde ich sagen, fahren wir mal wieder zu Blue Sea. Schauen, was der möchte. Und dann kannst Dimitri anrufen, um zu erfahren, ob er mit Petrovic gesprochen hat. Du kannst aber auch warten, bis Dimitri dich anruft. Ja, dann warten wir, bis Dimitri uns anruft. Ja. Ach, da vorne ist das. So, ich will jetzt kurz mal was gucken. Äh, nein. Ähm, Statistik. Äh. Hä? Statistik. So, Faustin, Missionsfortschritt 85,71%. Ja, das war dann aber noch nicht alles. Brucie, Missionsfortschritt 25%, war das nicht voll mehr? Ist egal. So, dann würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Und morgen geht es dann da drüben weiter. Mit Brucie. Dann bis morgen. Tschüss.